Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Augsburger Panther. Ich begrüße wie immer beide Trainer auf Seiten der Gäste Greg Thompson und natürlich unseren Head Coach Jeff Ward und dann würde ich jetzt den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel bitten. Guten Abend, Glückwunsch Jeff für eine Mannschaft. Heute für uns war es nicht einfach. Wir haben nur 16 Feldspieler gehabt. Zum Schluss, in den letzten 20 Minuten, eine Verteidiger hat sich auch verletzt und dann haben wir nur fünf Verteidiger. Ich finde, die Augsburg Panthers hat zumindest gekämpft. Es war nicht immer schönes Eishockey, was wir gespielt haben, das weiß ich auch, aber mit so wenig Leuten gegen eine Spitzenmannschaft ist es nicht einfach zu spielen. Wir haben trotzdem irgendwie zwei Tore geschossen und nur drei bekommen. Ich finde, Markus Keller hat heute einen super Tag gehabt. Bei ihm ist Frau nicht einfach. Er hat nicht in der letzten Zeit regelmäßig gespielt, aber trotzdem hat er einen super Job heute gemacht. Und wie gesagt, ein Kompliment. Obwohl wir verloren haben, trotzdem ein Kompliment an der Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Thomsen. Jeff, your statement, please. Well, I think it was a step in the right direction for us after coming off the loss in Cologne the other night. And, you know, we have to look forward now to our next game and prepare for that. And hopefully we can springboard this into some wins in a row here. Thanks. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, er sagt, dass es heute auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung war und er hofft natürlich, dass man für die kommenden Spiele da jetzt drauf aufbaut und auch wieder eine Siegesserie startet. Gibt es an dieser Stelle Fragen von Seiten der Presse? Ja, Kotula, Mannheimer Morgen. Jeff, what happened right before the breaks? There was a, yeah, the Augsburg Panthers were forward just in front of Dennis Andros. What happened then? Sorry, what do you mean by the breaks? Ja, just before the, just before the, just, yeah, just before the end of our period. Oh, um, I don't know. I'll have to take a look at the video and see. Um, I'm not sure if they made good plays or we relaxed a little bit. I'll have to, I'll have to take a look. I know the one in the second period came off, uh, you know, we tried to clear the puck back through the middle instead of, uh, you know, taking it off the wall and it ended up coming back on us. Uh, the one, the one at the end of the game, um, we had, uh, two defensemen jump to the same guy behind the net and it opened the slot up a little bit. But, uh, you know, I'm going to take a look at it on the video and then I'll, we'll make our decisions on it from there. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen noch eine gute Heimreise, viel Erfolg für die, für die letzten Spiele. Und wir sehen uns dann am 1. Februar, also nicht am Dienstag, sondern der 1. Februar 14.30 Uhr. Dann geht's hier zu Hause gegen die Hamburg Freezers. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.